Seid gegrüsst Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir gehen hier auf einen weiteren Schrein zu. Und zwar geht es hier um den Schneespitzenschrein. Und der kann fast nicht verfehlen, wenn ihr hier in der Umgebung seid. Und der kann fast nicht verfehlen, wenn ihr hier in der Umgebung seid. Und der kann nicht verfehlen, wie sie hier in der Umgebung seid. Okay, nun gut. Dann messen wir hier rüber. Hmm. Oh, da fährt er sogar rüber. Neidisch gewesen. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Okay, mein Freund, wohin soll ich gehen jetzt? Okay, das war... Das war wieder mal lustig. Okay, so nun ernähren wir den Schein. Okay. 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 Fangen wir uns noch kurz um. Okay. Okay. Und verlassen nun auch den Schrein. Und das war es nun auch schon für den Schneespitzenschrein. Okay. 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 Vielen Dank.